Großflächenbrände haben dem US-Staat Utah schwer zu schaffen gemacht. In einigen Schulen wurde daraufhin ein wirklich interessantes Experiment gestartet. Schülern wurde danach die Aufgabe gestellt, eine möglichst effektive Lösung für die andauernden Brände zu finden. Neben vielen absurden Ideen hatte Graven einen Einfall, der seiner Stadt wirklich weiterhelfen könnte. Er erkannte, dass sich Trockeneis perfekt dazu eignet, Feuer und sogar großflächige Brände zu bekämpfen. Auch wenn er damit nichts Bahnbrechendes entdeckte, implementierte er eine neue Art, Trockeneis zu benutzen. Er zerkleinerte das Eis, bis es eine Pulverform angenommen hatte, mit der man das Feuer in Zukunft bekämpfen kann. Mit seiner Idee sicherte sich der Kleine den ersten Platz in einem staatlich anerkannten Wissenschaftswettbewerb.